Titel Weiß nicht welches Gleis und Gedanken tanzen Salsa statt Mails zu checken. Alter, niemand kann geglaubt haben, dass ich das komplette Alphabet durchgehen werde. Für sowas habe ich nicht genügend Zeitverschwendung erlebt im Winter. Wie hat meine Oma immer gesagt? Kinder. In extremen Lebenslagen muss man eben Extremitäten spenden. Wozu diese Hände, wenn sie kein Mikrofon greifen? Wozu diese Beine, wenn sie nicht auf eine Bühne steigen? Was mir bleibt sind ein Kopf und ein Rumpf. Was mir bleibt ist mein Trotz ohne Triumph. U. Und mir einen Unsinn bewahrenden. V. Vor allem in Situationen, Verfahrenen, Wegen. Wirklich, wirklich. Niemand kann geglaubt haben, dass ich mir ein großes Wort mit X ausdenken werde. Der Platz auf der Schatzkarte ist dennoch verwischt. Mist. Irgendwo dort versickert das gesprochene Wort. Ich schaue zu, bis alles verschwindet. Tief atmend und flenne. Sprachaufnahme. Ende.